Hallo zusammen, ich bin die Snisla, ich mache Fachfrau Hauswirtschaft am Kantonspital St. Gallen. Wie vielfältig meine Ausbildung hier ist, zeige ich euch gerne. Kommt mit. In meiner Lehre bin ich in ganz vielen verschiedenen Bereichen tätig. Zum Beispiel in der Wäscherei, im Restaurant, in der Küche, in der Floristik oder wie hier in der Reinigung. In der Reinigung bin ich verantwortlich für Zauberkeit und Hygiene im ganzen Spital. Ganz wichtig sind Patientenzimmer. Hallo zusammen, ich bin Mustafa und mache meine Ausbildung zum Gebäudereiniger. Was meine Aufgaben sind, zeige ich euch gerne. Während meiner Ausbildung darf ich je nach Reinigungsart verschiedenste Maschinen benutzen. Im Mittelpunkt bei der Gebäudereinigung steht Zauberkeit, Hygiene, Erhaltung der Gebrauchseigenschaften und die Optik. Meine Ausbildung am Kantonspital St. Gallen ist eine Zauberin Sache.